Ich bin der Meinung, hätte man Amerika bis heute nicht entdeckt und man hätte die Ureinwohner in Amerika leben lassen Ich bin der Meinung, hätte man Amerika nicht entdeckt und die Indianer hätten da ihr Leben weitergeliebt Dann bin ich fest der Überzeugung Dass diese Menschen, die damals da lebten heute sowas wie Elephant werden Denn was braucht auf Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser! Ich als ich bin ich Und genau das ist das, was mich, was mich ausmacht Keiner von euch ist ich Keiner von euch wird niemals ich sein Im Gegensatz zu Deutschland hat Amerika natürlich eine Überwachung Und diese mehrere Länder und alles immer weiter übermachen USA Moment, heißt es USA? Nein Ihr wisst, was ich meine Diese Tücken, die am Telefon immer mit lauschen DSI heißt es glaube ich Die wurden ein notariell, glaube ich, das Schriftstück Von Ja In dem wirklich bestätigt wird, dass ich Ich bin Ich bin ich Aber genau das Das macht uns alle Ich hoffe so, dass ich alle von euch erreiche Oder zumindest viele von euch erreiche Ich stehe dazu, was ich gesagt habe Und ich muss ganz ehrlich sagen Ich würde es wieder sagen Denn was braucht auf Mardung, um zu wachsen? Richtig, Wasser Wichtig, Wasser 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020